Ja, es wird langsam dunkel, obwohl es nachmittags ist. Heute ist Sonntag, der dritte Dritte. Es ist Frühmorgens. Elie und Linus, die haben schon Spaß, die spielen mit den Sachen von gestern hier draußen. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zu unserer Kirche hier in der Nähe von Mobile, Alabama. Und wir haben noch nicht entschieden, es soll nachher regnen. Wir hatten überlegt, ob wir vielleicht noch zu einer Parade heute hingehen. Ja, mal schauen. Also im Regen stehen habe ich auch keine Lust und gestern war ja auch schon viel los. Deshalb müssen wir mal entscheiden, was wir machen. Es regnet und gewittert und wird langsam dunkel, obwohl es nachmittags ist. Nicht sehr gemütlich. Los, zur Parade. Ja, genau. Wir sind froh, dass wir nicht zur Parade gegangen sind. Sonst wären wir jetzt ganz schön nass geworden. Stattdessen räumen wir auf und machen uns bereit für morgen. Morgen geht es weiter nach Louisiana. Chat-Mix. Ta-Mix. vivier. ля-. Da. Da. Da-Mix. Da.- Da. 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 Da.